Das ist ja mal der absolute Wahnsinn. Seid ihr das? Das ist doch verrückt, sowas kann man nicht verkaufen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein bisschen länger her. Ich weiß, wir hatten ein paar minimale Probleme, denn mein Notebook spielt nur dann Ton ab, wenn er Bock hat. Das heißt, wenn ich ein Video schneide, muss ich darauf warten, bis mein Macbook da auf Lust hat und dann kann ich das Video erst schneiden. Und dann müsste es auch noch zufällig stimmen, dass wir hier auf den thailändischen Inseln Internet haben. Wenn das Video hier aber online gekommen ist, dann wisst ihr, dass alles gut gegangen ist und ich euren Wünschen etwas nachgehen konnte. Vor ungefähr anderthalb Wochen war ich in Malaysia. Dort gab es die Watson-Drogerie und dort habe ich dann so vier Produkte ausgesucht, wo ich dachte, die teste ich doch mal mit euch zusammen vor der Kamera. Das werden wir auch gleich zusammen machen, denn ihr habt euch ja mehr Beauty gewünscht und ich werde sehr gerne mehr Beauty für euch machen. Und wundert euch nicht, wenn die nächsten Male die Hintergründe sich immer öfters ändern, denn momentan sind wir in Thailand in Kobulone und haben ein süßes Holz-Bungalow. Und wenn ihr wissen wollt, was Daniel und ich eigentlich so erleben, beziehungsweise was das Ganze hier auf sich hat, dann schaut doch mal unten in die Infobox, beziehungsweise hier verlinke ich euch unseren Vlog-Kanal. Dort gibt es immer mal wieder Vlogs. Dort kriegt ihr nämlich dann auch mit, wo wir dann nachhin reisen. Jetzt geht es erstmal los mit dem Testen der Produkte. Nun zu den Produkten, wo ich wirklich auch sehr, sehr interessiert bin, ob es klappt. Und zwar habe ich mir Pop Black Hat Clear Nose Patches gekauft. Die sehen verrückt aus. Die sehen so aus, als ob sie schwarz wären. Ich erwarte jetzt eigentlich auch einen schwarzen Streif. Mal gucken, ob es überhaupt schwarz ist. Natural Clay. Ich dachte, Clay wäre Kleber. Aber wie gut, dass das natürlich ist. Ich bin ja so ein Mensch, ich denke immer, es hat einen Grund, warum es dieses Produkt nicht in Deutschland gibt. Hey, aber wenn es effektiv ist, warum nicht? Hier sind drei Stück drin, ne? Die sehen auch alle gleich verpackt aus. Ich werde jetzt mal eins aufmachen. Oh mein Gott, es ist doch schwarz. Ich habe meine Nase jetzt nass gemacht. Das seht ihr wahrscheinlich so nicht. Warte mal, wie rum soll das jetzt drauf? Ah, krass. Die schwarze Seite, die, die komplett schwarz ist, die kommt jetzt auf mein Näschen. Also vom Feeling fühlt es sich an, wie unsere auch so komplett gleich eigentlich. 15 Minuten sind um und jetzt kann ich das endlich mal abziehen. Ich hoffe, es tut nicht so weh. Hilfe. Okay, gut. Ich sehe schon einiges. Einiges mehr, würde ich behaupten, als man in Deutschland sehen würde. Kleines Warning. Ich finde es ja immer ganz schnell, wenn YouTuber das machen. Aber ich muss es euch ja jetzt auch zeigen. Wenn ihr es nicht sehen wollt, dann überspringt den Teil. Man sieht schon, seht ihr das? Dass da einiges mit rausgekommen ist. Echt mehr, als ich dachte. Wahnsinn. Machen wir da aber direkt weiter und angeblich mit einer Black Mask. Ich habe das persönlich an mir noch nie ausgetestet. Und ich glaube auch persönlich, dass es gar keine Creme ist, die man danach abzieht, sondern nach dem Bild zu urteilen, also das war jetzt so mein erster Eindruck, müsste das so ein Tuch sein, was man drauflegt und was man dann wieder abnimmt. Und hier steht sogar drauf, habe ich nämlich eben gerade gelesen, das habe ich beim Einkaufen nicht gesehen. Da steht Expert of Black Mask. 24 Karat Gold ist da angeblich drin. Als ob da Gold drin ist. Wolle mich verarschen. Wisst ihr, wie viel es gekostet hat? Es hat 2 Euro gekostet. Oder 2,50. Also es war nicht teuer. Das ist kein Gold drin. Und wenn da Gold drin ist, dann ist da mini, mini, mini mal Gold drin. Mini. Lesen wir mal, was hinten drauf ist, wie lange ich das denn überhaupt... Ein... Toll. Kann man da irgendwas lesen? Kann man da irgendwas... Da kann ich nichts lesen. Das ist alles, was ist japanisch, chinesisch. Kann mir jetzt einer bitte in die Kommentare schreiben? Aber guckt euch das an. Aqua. Glycerin. Gold. Da steht... Ohne Mist, Gold. Da steht... Das gibt's ja nicht. Krass. Wir werden das jetzt mal gemeinsam auspacken. Boah. Also vom Öffnen geht's schon mal besser. Hey, das ist durchsichtig. Man. Jawohl. Nein, das ist doch nicht durchsichtig. Jetzt bin ich ready. Jetzt kann's los. Das ist also unser Prachtstück. Total super. Oh mein Gott, das ist glübschig. Das ist glübschig wie sauer. Oh mein Gott. Der war der absolute Wahnsinn. Seid ihr das... Das ist doch verrückt, aber das kann man nicht verkaufen. Okay. Huh. Oh Gott, ist das kalt. Und es riecht nach Gurken. Oh mein Gott, warum riecht das nach Gurken? Wow. Nicht schlecht, oder? Mir ist eben gerade während dem Saaten aufgefallen, dass das ja wirklich wie so Goldpartikel hat. Seht ihr das? Überall sind so kleine goldene Pünktchen. Ich hab's jetzt 20 Minuten einwirken lassen. Wir ziehen's jetzt mal ab. Uuuuh. Wow. Fertig abgewaschen. Das ist das Ergebnis. Man denkt immer nach Gesichtsmassen, boah, ich bin doch ein anderer Mensch. Ja, als ob. Da muss man wahrscheinlich 500 Euro zahlen, beziehungsweise direkt zum Schönheitschirurgen. Aber ansonsten fand ich die Maske an sich sehr angenehm. Ich fand den Geruch nicht sonderlich angenehm. Ich glaub, da kann man noch ein bisschen was besser machen. Aber ansonsten, warum nicht? Also, wer Gesichtsmasken mag, würde ich einen Daumen hoch geben. Nun zu den Akne-Patches. Die haben mich ja wirklich interessiert. Wer mich schon länger verfolgt, weiß auch, dass ich ja an sich oft mit unreiner Haut zu kämpfen habe. Und schon alles Mögliche versucht habe. Und da hab ich mir gedacht, warum nicht so ein Tagsüber 12 Stunden Patch, was man unter dem Make-up tragen kann. Machen sie jetzt mal endlich auf. Ich hab die Packung schon... Pff, Moskite. Pff. Okay. Pff. Hallo. Wow, unter dem Licht sieht man jetzt sogar, dass ich mehrere Pickel habe. So. Haha, sehr krass. In der Kamera, würde ich behaupten, sieht man das kaum. Sieht man wirklich kaum, oder? Akne-Patches drauf. Ich werde jetzt mal die Foundation auftragen. Hier ist der Akne-Patch. Man sieht ihn noch. Also man sieht ihn auf jeden Fall. Aber ich würde behaupten, dass es auf jeden Fall machbar ist, das unter das Make-up zu tragen. Vielleicht sogar ganz praktisch. So sieht es gesamtmäßig aus. Und ich finde, das fällt eigentlich so direkt jetzt nicht auf. Also es ist auf jeden Fall eine Option. Und wenn die auch noch effektiv sind, Daumen hoch. Fetter, fetter Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, ob es sowas eigentlich in Deutschland gibt. Ich persönlich habe sowas in der Drogerie bis jetzt noch nicht gesehen. Nun zu einer Drogeriemarke, die ich in der malaysischen Drogerie entdeckt habe. Und zwar Intuit. Ich weiß nicht, von wo die ist. Die gibt es wahrscheinlich bestimmt in ganz Südostasien. Ich finde, in Deutschland gibt es keinen guten Filz-Eyeliner. Also die vorne so eine Filzspitze haben, mit der man dann wie so einen Filzstift seinen Eyeliner malen kann. Und ich finde persönlich, das ist so ziemlich das Praktischste, auch wenn es um Auslaufen und Trocknen geht. Das ist die Farbe 01 Very Black. Und ich werde ihn jetzt mal hier swatchen. Wow, das ist wie Filzstift. Wie ihr merkt, Sophie hat es hier mal übelst verkackt. Also erstens ist wirklich sehr, sehr cool, dass er so schwarz ist. Aber zum Auftragen, ich glaube, ich muss doch lieber den Pinsel verwenden. Weil dadurch, dass ich ja zittere, kann ich nichts verwenden, was irgendwie hängen bleibt. Denn beim Auftragen, finde ich, bleibt er hängen. Und dadurch kriegt man dann diese blöden Knickereien. Wenn man mit diesen Stiften umgeht, dann ist das, denke ich, auf jeden Fall eine gute Option, weil er wirklich tiefschwarz ist. Das waren alle Produkte, die ich für euch hier getestet habe. Wenn ihr mehr Produkte sehen wollt, beziehungsweise vielleicht auch aus Thailand, aus Bali, aus Vietnam, aus Philippinen, egal wo auch immer wir sein werden, oder sei es auch wieder Mauritius, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Vielleicht habt ihr ja irgendwie auch Bock, mein Alltags-Make-up oder meine Alltags-Haar-Routine momentan zu sehen. Wirklich etwas sehr natürlich, was ihr auch im Winter auf jeden Fall tragen könnt. Überhaupt gar kein Problem. Schreibt es mal gerne in die Kommentare oder gebt dem Video irgendwie einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Videoideen habt, auch Sachen, die jetzt ganz spezifisch hier sind, wie immer, damit in die Kommentare. Ansonsten freut es mich sehr, dass ihr das Video angeklinkt habt. Du darfst natürlich gerne meinen Kanal hier oben einmal abonnieren. Und hier unten verlinke ich dir dann noch unseren Malaysia-Vlog. Schaut da gerne rein und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss!